Also ein Projekt aus dem Last Summer Dance Festival, ein partizipativer Musikerkonstfestival. Partizipativ in dem Kontext, weil hier schon, dass man Leute invitieren, sich aktiv in diesem Projekt zu bedenken. Viele Junker, viele Junker gemacht haben. Das ist von 1 bis 2 durch das ganze Festival, wir gehen überall Junker, sehr oft an der Organisation, als Bands, die spielen, als Künstler, die ausstellen, Designer, die man toll findet, Volontäre, Security-Leute. Man hat natürlich auch sehr empfiehlt, einfach nur bei uns zu kommen, da ist zu feiern, da ist zu chillen. Und als Motivation war einfach, als Junker, mal ein gemeinsames Projekt zu machen, in Österreich in der College, einfach etwas Verrücktes zu machen, weil es so noch nicht geht, aber wo man von gestern so beschmutzelt geht, mir einfach für zu weisen, dass alles geht und alles möglich ist. Ich meine, die Resonanz war immer positiv, wenn ich allein gucke, die Artisten, die bei uns gespielt haben, wie die wirklich so tun haben, so ein cooles Projekt, das wirklich abzettet und nicht zu lösen wird. Und auch vom Festival selber, wo die Leute wirklich sich super am Säuern tun, auch schon bei uns kommen sie viel zu froh und wird 2015 geflafen. Das ist eine ganz interessante Erfahrung, weil noch guckt, wir haben wirklich von Null angefangen, wir wussten gar nicht, wie das geht, so, oh ja, wie möchte ich sagen, SPL, aber so, wie budgetiert denn das Ganze? Das haben wir von Null abgeleiert an. Ich war wirklich stolz darauf, wie man dann all die Stunden ein Statut unterschrieben hat, wie ein echtes Budget abgestaltet hat und dann ist es noch so abgegangen, wie man es dort vorgesehen hat. Und dann auch, die meinen nur am Festival, wo etwas super Flottes für uns als Organisatoren kommen, also zwar war das die Nomination für den European Festival Award, da waren wir als Lötzenbäuer-Festival nominiert an der Kategorie Best New Festival. Und das war natürlich für uns eine super Konfirmation für uns, als Engagement da. Also in der 1. Edition hat man auch schon auf dem Tag selber leid, die Beis kommen, sich so tun, oh ja, cool, wir wollen ja sehr gerne engagieren, wir wollen gerne mat machen. Und wir haben auch so viel aufhinein von einem Umbruch gut gelöst, und wir hoffen dann wirklich den Trend nur weiter fähren zu können, damit man all das neue Leid kann, über CGB-Beis-Matze helfen, also in diesem Projekt zu engagieren. wo wir ja weiterfühlen können. Und dann, wenn wir uns das, wo wir ja weiterfühlen,